Lynkestis, auch Lynkos genannt, bezeichnete in der Antike den südlichen Abschnitt einer Hochebene, heute Bitola-Monaster-Ebene genannt. Der geografischen Region Obermakedonien, gelegen zwischen dem Presparsee und dem Vigorizidersee. Sie befindet sich heute beiderseits der Grenze von Griechenland und Mazedonien. Im Nordosten reichte das Land etwa bis zum Bogen des Eregon, an den Pelagonien grenzte. Im Osten reichte die Landschaft bis zum Bergbahn aus. Hinter dem das Land zum Niedermakedonischen Almopia abfiel. Im Südosten und Südwesten waren dem Vigorizidersee und dem Kastoriasee die ebenfalls obermakedonischen Länder Eodeie und Orestes benachbart. Zu achascher Zeit wurde die Bitola-Monaster-Ebene von den Pelagonen besiedelt. Weshalb auch in der klassischen Zeit der Raumbegriff Pelagonien als Synonym für die Gesamthebene bekannt war. In einem nicht näher bekannten Zeitraum müssen Makedonen nach einer Süd-Nordbewegung von Elimiotis und Orestes aus den Süden der Ebene in Besitz genommen und die dort lebenden Pelagonen unterworfen oder in den Norden verdrängt haben. In die Landschaften Deuriopos und in das damalige Pelagonien nördlich des Eregon. Das von den Makedonen besetzte Gebiet war fortan unter dem Namen Lünkishtis bekannt. Das laut Tuködi des Nebende Elimiotis die Urheimat jener Makedonen war. Die anschließend nach Osten in die am Thermarschen Golf gelegenen Niederlande expandierten. Von dem sich dort etablierenden Königtum der Argeaden wurde Lünkishtis wie die anderen obermakedonischen Länder. Zunächst nicht erfasst und behielt noch längere Zeit eine achasche Stammesstruktur. Beherrscht wurde es von einem Fürstenhaus, das für sich eine Abstammung von den Bakschiaden aus Korinth reklamierte. Die Fürsten standen in Rivalität zum makedonischen Königshaus, wenngleich die Enkelin von Ahabai aus Jeorüdieke darin einheiratete. Im frühen 4. vorchristlichen Jahrhundert war die Lünkishtis von Einfällen benachbarter Stämme der Illyra bedroht und wurde zeitweilig von ihnen besetzt. Möglicherweise unterwarf bereits Pädikas III. Im Vorfeld seines verhängnisvollen Illyra-Feldzugs 359 v. c. h. r. Das Land der direkten Königsherrschaft spätestens erfolgte dies aber unter Philipp II. Dieser ließ unter anderem die Stadt Herakleia Lünkishtis errichten. Im Heer Alexanders des Großen bildeten Krieger aus der Lünkishtis und Orestis zusammengefasst ein Bataillon der Pergetiroi. Nach der römischen Eroberung Makedonins 168 v. c. h. r. verschwand der lünkishtische Name als geografischer Begriff. Da die gesamte Pädola-Monaster-Ebene administrativ nun wieder unter dem Namen Pelagonin als eine der vier makedonischen Regionen eingerichtet wurde, die 146 v. c. h. r. in der Provinz Mazedonia aufging. Bekannte Persönlichkeiten Das Fürstenhaus Bromeros Fürst Taha Beiosi König der lünkishtischen Makedonen eine Tochter, verheiratet mit Sirras Oütike, verheiratet mit König Amintas III. Fürst Taha Beios II. Menelaus der Pelagern Die Familie des Aeropos, eines Generals Philipps II, stammte vermutlich vom lynchistischen Fürstenhaus ab. Gelegentlich wird auch Leonathos, ein Gefährte und Leibwächter Alexanders, als Angehöriger der lynchistischen Fürstenfamilie angenommen, da er in der Suda als ein Verwandter der Eudike genannt wird.